Unabhängig vom Tabellenplatz, die Nürnberger haben einen super Lauf, haben auch eine echt starke Mannschaft. Das war auch im Hinspiel schon ein ganz, ganz enges Spiel, wo wir letztendlich dann 1-0 gewinnen konnten. Aber da kommt ein hartes Stück Arbeit auf uns zu. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, sowohl defensiv als auch offensiv, um uns Torschancen zu erspielen. Und Fakt ist aber auch, dass in der Liga alles möglich ist, dass man jeden Gegner schlagen kann. Nur es zählt halt letztendlich wirklich die 100 Prozent und alle Pässe auf den Platz zu kriegen und dann haben wir auch vor unserem Publikum am Montagabend auch eine Chance. Abonniert! Abonniert!